Was bist du? Ich glaube, er timet. Brudi? Ja, er timet. So, jetzt eine Stats-Pusher-Runde ohne Mate. Willkommen hiermit zu einer Stats-Push-Runde, die ich alleine vollbringen werde. So, jetzt eine Stats-Push-Runde. Dass ich die jetzt bekommen könnte, tue ich aber nicht. Brudi kommt nicht wieder, das heißt, ich habe auch keinen Speck oder so. Fürs Stats-Pushen also die besten Grundlagen ever. Okay, er fliegt halt auch nicht. Mann, ich will doch nur über dich drüber. Ach so, der Brudi kann ja gar nicht hier rein. Ja, dann sehen wir uns gleich kurz nach dem kleinen Cut wieder. Bis gleich. Dann sehen wir uns gleich. Dann sehen wir uns gleich. Vielen Dank.